Oh, diese scheiß Sterne, ey. Ich könnte jeden einfach eins in den Arsch drehen. Doch, da. Das ist genau so, als würdest du sagen, eine Katze hat einen Arsch. Katze haben keine Arsch. Was? Katzen haben keine Arsche. Oh. Oh. Oh mein Gott, kann ich Eggman? Nein, wieso kann ich nicht Eggman sein? Doch, kannst du doch. Achso. Oder? Ja, du musst ihn nur auswählen. Wie will ich ihn aus? Die selbe Taste? Nein, das ist jetzt meine Space-Taste. Das Problem ist halt, die haben mehr. Hä? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Man kann die Mikro-Sensitivity nicht einstellen, ne? Äh, doch, eigentlich schon. Du hast Voice-Volume, zumindest bei den anderen Spielern. Falls ich zu laut bin, ja. Echt? 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 What? Ähm. Schöne? 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 Dein echter, du loops gerade. Schöne? Schöne? Schöne, ich mach mal ab. Ist Schöne ein Skill-Worker geworden? Oh mein Gott, was ist hier los? Schöne, ich leise das Schöne. Ich mach mal Angst. Schöne? Schöne, du musst noch mal reinkommen. Du musst noch mal reinkommen. Du wiederholst ständig dasselbe Wort bei uns. Echt? Echt? Ich lauf, ich lauf mal ne Runde, bevor ich den Stern hole. Ach man. Das soll der, ja wirf's weg. Achso, wenn jemand tot ist, muss ich andere retten. Kannst du, ja. Ja, bis, bis sudden death ist. Ja. Ja, aber nachts ist gut, bin ich weg. Ja, das darf ich nicht mehr. Als ob ich der Einzige bin! Ah! Und das Schlimme ist auch noch, wenn wir down sind, suchen wir dich auch noch mit. Ja, sobald sudden death ist, sind wir halt gegen dich. Ach, nee. Nee, nee, oh nee, komm. Ich hab Y immer auf Viereck. Ich weiß nicht, wie's bei euch ist, aber ich hab immer auf Viereck. Wieso hast du sie auf Viereck? Ich hab die auch auf Viereck. Ich hab das oben. Dreieck ist bei mir immer, you know, also. Dreieck ist immer bei mir X. Ja. Jenny! Ah! Jenny! Ähm, hast du, was hast du geraucht gerade? Ich weiß es noch auch nicht, Mann. Greco? Hast du nicht schon gelangt? Helco, wend schon weg. Greco! Helco! Helco! I swear to God, Greco, that's not how we are supposed to work. Greco! Jetzt sind die beide weg. Greco, wir müssen eben warten. Alles gut. Greco, guck dir mal einfach hoch. Guck dir den Lappen an. Leise, leise. Was, hat das unser Schilf? Ja, Mann, Weihnachten! Okay, das ist eins. Du, 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 du. Der setzt jetzt wie bei Roten Felder hin. Oh, super. Oh, wait. He's not coming to me, right? He is, actually. Man kann es nicht überspringen. Man kann es nicht überspringen. Ich fick euch jetzt. Nein. Du weißt, die letzten werden immer die ersten sein. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. He 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 he. Greco? 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 Greco ist da hinten irgendwo. Greco? Greco? Greco hier hinten, du Vollidiot. Ich hoffe, nein. Nein, Greco, nein! Nein. Okay, warte, bin ich schon weg. Du bist schon drüber. Oh, nö. Ach, komm. Kann man das nicht überspringen? How do I kick you? How do I do shit? Oh, fuck! Oh, fuck! Mit Egg mit Katzen und mit X das machen. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Quatsch. 40? Oder ist das ein Schnapper? Oh, bist du gemein. Oh, bist du gemein. Weißt du was, Hilco? Ich komm zu dir und schlag dein Auto nochmal ein, wenn's wieder heil ist. Mit so einem Vorschlaghammer mit einem Lauf. Nein, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das hat Mann nicht gemacht hat eigentlich fast, als ob stelle wo auch zu greift es. Alter, weißt du, wieso kacken wir joe jetzt gerade so ab? Hey das bin ich! Mama on TV! Oh nein! Geht doch alle weg! Was ist los von euch? Ach du Scheiße. Hey Donkey, komm. Moment, was passiert, wenn ich irgendeine Schiff stelle? Was? Wenn das Schiff landet... Du stirbst. Ja. Wann ist das Ding? Warte, es dauert ein bisschen. Da! Gecko! Ich bring ihn zurück. Ja, bitte. Oh, ich kann ihn nicht, Warte. So ist es. Die Bibel sagt! Die Bibel sagt! So, ich überreue euch. Shit. Ich bin nicht. Komm, Jedi, take my ball. Was? Haha, Jedi. Wieso playst du mich so aus? Ich bete dir nur meine Balls an. Ich glaube, sie sind zu viel. Oh, Jedi. Jedi! er kam gerade in der sekunde raus ich habe gesagt ich will nichts kaufen ich will doch nur mit 3 das ist ein bisschen so nein rückzug rückzug nein ich kann sie einfach nur x drücken geh weg es ist Jenny das ist Irrwaltung ne so are you ok ne ich kann es schon auf ich passe was zirko zirko ist gerade nämlich so gesprungen greco du hast dich jetzt nicht umgebracht oder ich hab ihn gefunden wie kann man so tollpatzig sein was ist mit diesem donut den passiert schluck also ihr müsst ja sagen das war so bescheuert war ne vasen oder nicht ja das ist ja so ein keramik vasen ding ne und 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 das war für ihr müsst euch vorstellen also das war der knaller ich mit der kollegin der im call mit kamera an sie auch mit kamera an ich so oh ich sehe meine deckels noch um den stuhl und schmeiß die links ohne nachzudenken auch noch ne volle mühre ich hab mich mal super müde und ich hau dieses ding da um und die dachte ich wahrscheinlich auch noch was ist mit dem rumpf was ist mit dem schweizer zu tun ich geh da nicht hin aber das ist der einzige rückweg Da ist er! Da ist er! Ah! Nein, 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 nein! Kann ich den Kühl in den? Oh, oh! Ah! Komm her, Shoki! Ich bin gerade so fest, das geht nicht! Sorry! Oh! Oh, wer hätte das geahnt? Nein! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Tschau! Halt es! Halt es! Ich will das nicht! Das gibt's nicht! Ja, der Berg zieht nichts aus wie ein Penis, haha. Haha, sie hat den Penis gesackt. Lustig! Ach! Ach, Junge! Ja! Ja! Wir haben Riesenteile! Nice! Wir haben auch Riesenteile! Das glaub ich dir nicht! Mein Hose! Das ist Karnelangel! Dieser Earrap gerade bei Tim! Oh, das ist schon wieder... Ist es nicht das Feld? Ach komm! Ach komm! Das kann doch nicht wahr sein! Wahrscheinlich! Ich will das nicht! Hahaha! Geht's hier mit den... den Thaddeos... Walkzone? Nee! Pfff! Sche... Das Ganze würde ich nicht an jeder stellen! Oh! Nee! Nee! Das Kronzen! Aaaah! Ich kann nicht weg! Warum sind alle hier? Warum sind alle hier?! Warum sind alle hier?! Warum sind alle hier?! Warum sind alle hier?! Why me?! Okay. Ah! Das ist okay! Oh! Ich dachte, das geht... Ich dachte, das geht... Ich dachte, das geht! Die Steuerung ist immer zu geil! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Junge! Wie kann das nicht?! Ja, eine Münze! Es kommt auf alles drauf an! Keine Sorge! Ich habe vergessen, dass die Steuerung in eine Richtung zu fahren, sehr ätzend ist! Haben wir eigentlich einen Menschen verloren? Was willst du? Wann los?! Sprich Deutsch! Hat der Maul! Wo seid ihr? Ich habe Angst! Danke! Wir sind beide die UT-Ding! Ja! Ist das mein Feld? Ist das die Pflanze? Ich habe nichts gesagt! Es ist einfach ein Klassiker! Das hast du dir jetzt ein bisschen selber eingebrockt! Das hast du jetzt durch deinen Kommentar echt verdient gehabt! Es ist einfach... Es ist einfach der Klassiker! King, danke! I died! Nein! Oh mein Gott! Das hast du auch ein bisschen verdient jetzt! Das klingt doch genau so wie du den Seil! Nee! 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 Du hättest sogar das Stichwort gekriegt und du bist so dumm. Du hättest einmal nach oben gehen können. Take doch mal nach, Richard. Entschuldigung, viel Waffe. Take, ich schwöre mein Gott, Alter. Scheiße. Das ist kaputt geht. Die Aggression in Person. Ich kann Spinnen verkloppen. Wahrscheinlich. Fünf. Das ist so ein dreckiges Game eigentlich. Du bist so ein Arsch, Greco. Ich sehe das. Das war jetzt so ein Guess. Das war jetzt so ein Guess. Ich hätte überhaupt dabei hinsetzen sollen, als ich die Chance hatte. But you didn't. Und Jana, der ist ehrlich verdient. Ja lang, Leute, die Brücke. Oh, ähm, I forgot to mention. Fuck! I forgot to mention. Wenn viel zu viele Leute auf der Brücke drauf sind... Take it, it's time to stop. Warum hast du uns das nicht vorher gesagt? Ich hoffe, du bist so ein Nugget. Ähm... Also Leute, geht zum Big Kürbis. Na warte, mich trifft er gar nicht. Oh nein! Haha! Oh nein! Haha! 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 Ich war mal großartig, das macht mir ein bisschen Sorgen. Haha! Ich hasse es! Das ist so krass! Der hat so viele Toast gefressen. Ich bin in deinen roten Ring reingeraten, das war nicht so schlau. Yeah boy! Einer von uns! Ja! Haha! 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 Sie ist einfach volle Keine auf dem Präsentation auf mich gelassen. Haha! Du hast doch gar nicht mehr echtes. Haha! Oh mein Gott, das funktioniert. Alles alle geklappt haben! Haha! Haha! Scheiße! Ja, das hast du verdient. Scheiß Dreck! Haha! Ich suck deinen Dick, bitte. Komm! Oh! Irgendwas! Vorsichtig wegen der Landlinie. Ich crouch mich da raus. Oh, kann ich ja, kann nicht springen. How do we solve this? Greco! Welcher Vollidiot auf die Landlinie getreten. Er ist draufgetreten! Greco! Oh nein! Das ist bitter, bitter. Ja, wir können darüber reden. Nein, wir können doch nicht darüber reden. Vertraue ihnen nie, wenn sie sagen, wir können darüber reden. Das muss doch nicht so ausatmen. Ja, wer damit. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin... Au! Ah! Ah! Komm her! Nein! Fuck! 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 Also, Richard. Ich bin wiedergefallen. Ciao! You think you can escape? Bäh! Okay, maybe you can escape from me. Willst du nicht mit mir noch ein bisschen rum springen, Choro? Für wen hältst du dich? Nein. Okay, ich halte die Kappe. Hey, better, 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 swing! Hab... Huh! You think... Hah! You think... ..fick dich. You think... You think... So, ich bin dran und ich höre eine... ...drei. Ja. Oh. Hahaha. Ich hoffe, der gibt dir Minus-Stern. Nein. Minus-Stern, bitte Minus-Stern. Nein. Oh, das ist gut. Es liegt da. Ja, Minus-Stern. Hahaha. Karma ist ne Bitch. So, jetzt sind wir wieder eben. Ja. Das ist so klar, dass du wieder alles abkriegst. Scheiße. Oh. Weck genutzt. Jo. Oh mein Gott. Jo, dann... Wir sind töten. Sau ich. Ja, warum das anders ist? Ja, warum die hier überhaupt nicht? King Kong. Kok. Kok. Ah. Kok. Kok. Kokonaut. Ding Kong! Oh no! Oh no! Oh no! Shit! Yes, 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 yes! You did not see that! You did not see that! I did see that! Nein, geh runter! Nimm ruhig mal ein Challenge-Time. Du will, der einfach verkloppt dich. Oh. Wir beide! Beide! Und schnitt die weg! Ach, jetzt greifst du irgendwohin? Okay. Ja! Was hast du getan, Seri? Ich kann ihn weg! Ich kann ihn weg! Das war meine Chance auf extra Gerechtigkeit. Ich kann ihn weg! Do something! Do something! Do something! Do something! Do something! Ah! Tschüss! Ich hab gedacht, dass ich konnte! Ah! Geh weg! Ah! Geh weg! Ah! Geh weg! Ah! Scheiße! Jetzt ändere den Boden oder mach irgendwas spielen! Danke! Bye! Fuck einfach! Yippie! Yippie! Das ist so geil gerade! Yippie! Wo ist der Skinwalker? Okay! Da ist der Schleim hinterher! Wie ist der das denn? Oh! Oh ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie... Ich komm zum Chinchop! Nein! Ach komm, leck mich doch auf. Du hast doch eine Série hingelegt. Ja! Dann bin ich ja auch nicht sauer, Jenny. Wenn das Spiel mich wieder pickt. Okay, bei Shoki nehm ich das nicht persönlich. Bitte nehm mich aber nicht. Das zunke ich ja jetzt nicht aus. Ich wusste es! Ich wusste es. Äh, Hebel. So. Miene auf. Oh shit. Heko? Ich hab noch gesagt Miene. Greko? Oh, ich kann nicht mehr. Wo muss ich gehen? Heko! Lauf, 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 lauf. Du Ficker. Nein! Du Ficker. Oh, diese Stacheln. Himmeln. Du Ficker, du willst es nur darauf ankommen, mich damit zu schlagen? So, du möchtest ein Item einsetzen? Nö. Was für ein Krabberviech. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich weiß nicht, es ist zu hässlich. Mach Licht! Geh weg! Ich hab ihn getötet! Scheiss, Alter! Ich hab ihn getötet. Bist du gerade runtergefallen, als ich ihn getötet hab? Ja. Es war zu dunkel. Ich wusste nicht, wo ich landen soll. I see you. Alter! Joro! Geh weg, Alter! Geh weg! Jenny, ich war für eine kurze Zeit verwirrt. Ich geb's wirklich zu. Ich hör Joro nicht! Der ist da hoch! Es hat geredet! Ich hab ihn nicht gehört. Das Ding hat gerade gesagt, so geiles Wasser in Hilkos Stimme. Wieso hör ich das nicht? Das macht mich so angry. Ich geh jetzt wieder rein, bis ich seine Stimme höre. Fuck off. Hilko, Joro, nee. Nö. Das nervt mich gerade sehr. Das Fee ist direkt an der Tür. Das wird dich töten. Rede mit mir! Rede mit mir! Come on! Try me! Hi! Ich hab sein Hi gehört! Spricht alles dafür. Och, man! Das ist denn heute mit meinem... Wow! Ich, ich, ähm, möchte das zunächst mal sagen. Hi! Hi! Tuckt euch mal ein bisschen. Oh Gott! Nein, Greco! Greco Tucken hat nichts gebracht. Ich nehm dich mit. Du hast... Du bist ein großer Junge gewesen, Greco. Du hast... Du bist ein großer Junge gewesen, Greco. Da ist er. Oh shit! Alter, wie lange starten Knuckles denn? The fuck? Ich bin tot. Ähm... Diese Stelle ist so ekelhaft. Ah! Das war sehr schön aus. Yippie! Ich hab Schoki Stimme gehört. Man. Ich habe Schoki Stimme... Ich habe deine Stimme gehört, Schoko. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht. Ja, hab ich gesehen. Nein. Nicht gut. Von Jedi. Oh, schade. Ich habe auch noch Geld, ne? Das ist wirklich... Ja! Absoluter Betrug. Dankeschön, dass du Jana den Sieg jetzt wirklich in den Arsch geschoben hast. Ja, ich weiß nicht. Bis nach oben. Ah! Oh! Ich bin zweiter. Ich bin zweiter. Ich bin zweiter. Ich kann nicht mehr. Ich bin auch noch letzte geworden wieder. Ich kann nicht mehr. Ich bin zweiter. Wir sind in einer richtigen Reihenfolge gewesen. Ich wollte gerade sagen, von links nach rechts. Genau. Car brief. Ich kann nicht mehr. Heco war voll ab Wind und dann ist alles schief. Wir waren schiefgekotten.